so willkommen zurück zu einer neuen aufnahme zu einer neuen folge was hat kommander nahrs in meinem haus zu suchen die welt ist es nicht ich brauche hier brauche ich noch fackel ich muss noch eine fackel hin wenn sie meine ecke ausgeleuchtet ist wenn ich hier wieder nehmen kann was ist die fenster jetzt wieder nee kannst du nicht wir brauchen mal mehr fenster für die untere etage das ist eine das ist die sache die untere etage ist noch ziemlich düster der wird heute noch weiter arbeiten ich kann immer noch keine treppen laufen noch zu doof dafür kein weiter geht doch was du hier gemacht was du vor meinem haus tja ich würde sagen wie oft gestorben ist einmal 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 wie oft du mich schon umgebracht hast du dich daran erinnern dass du mich hier immer wieder umbringst und hey ich kann fliegen das ist dann gehst du in die höhle wo kriegt man sand ja für für fenster versuchte wird auch schon wieder sein schwert raus dann bin ich mal auf der suche nach sand meist mal ein paar fenster rein machen die keller wollte ich heute auch noch ausbauen dass die groß nächste mission ich kann das dorf nur umsehen habe ich sehe kein sand dann gehe ich mal ein bisschen die welt kunden ist daher auch mal die türen zuerst du gemacht hast du oft gemacht und nichts geschlossen ja ich sag ja das würde ihm dazu machen muss wenn du die offen lässt ich fliege gerade hier schön durch die luft kann man nicht überhaupt ich mache jetzt urlaub von bergspitze zu bergspitze discover the new area fliege hoch zu mont everest ich hätte gerne treppen dann brauche sie doch ja aber kann man welche bauen ist die frage ja mit blöcken die treppen kann man gucken in den keller rein da gibt es schon treppen drin man kann stufen machen ganz einfach ich habe sogar noch ein paar mit einem inventar und jetzt kann man den new area fliegt noch einmal um die welt schön hier kann man mal paläste hinbauen so in den berg und riesigen berg sich mal einbauen dann war so ein ganzes königreich die berge sehen hier schon bei dort und da muss nicht schlecht gut du zerstörst das haus während ich bin oder was immer das jetpack habe ich irgendwie in seiner loot box bekommen jetzt suche ich in einer wüste bis an abkramen kann ich bin nicht immer um die welt lustig so du glaube ich den teleporter noch stehen jetzt bin ich für mich und finde die wieder zurück da unten ist wasser vielleicht findet man beim wasser was ich versuche es mal einfach das sieht nicht so interessant aus kraftete plan was auch immer was habe ich hier sand habe ich noch nicht ich glaube da komme ich richtung kenyan stone sieht sie nach kenyan stone aus ich komme ins kenyan gebiet das sieht ja hübsch aus kann ich mal ein bisschen stein abbauen das können wir auch druck stehen gebrauchen das ist dort wir können jetzt bauen irgendwann können jetzt da und sehr schön ich hole uns ein bisschen kenyan stone ich habe doch ein jetpack hier sobald es sind willst du rutsch her tun kommt doch gar nicht an mich ran oder das wird immer versuchen schon nur ein bisschen kennenzulernen dann bin ich weg und der toy ist voll als ob als ob mein inventory voll ist aber 21 von dem habe ich schon los könnte einfach mal was löschen was brauchen wir denn hier nicht glas habe ich hier noch das brauchen wir noch lösche hier ein bisschen Stein normaler Stein den kriegen wir bei uns in der Wohnung wieder her New Area Dark Candlestone was ist los die Stande drehen die Stande drehen mein Inventar ist wieder voll was lösche ich denn jetzt hier mal wieder hab ich mir da Dark Candlestone ist ich nehme jetzt Dark Kinnestone mit und was wir daraus machen wollen weiß noch nicht aber skype pflicht werden vorsehen später das ist auch 50 kenyon stone Sollte ich gleich mal abhauen, da kommt etwas, Rocket Pack ist damaged, aha, ist aber nicht gut. Ich würde doch nur Sand suchen, das ist mein eigentlicher Grund, das ist so 70 Canyonstone, müsste reichen erstmal, aber ein bisschen Vorrat. So, raus aus dem Gebiet. Ich habe es überlebt. Sand habe ich leider aber noch nicht gefunden. Tja. Kickstone. Vielleicht hier, sieht fast wüstig aus. Ich habe es gefunden. Oh ja. Ist das Sand? Ja, dann herzlichen Glückwunsch. Mal durch Fenster. Das sieht nicht nach Sand aus. Inventory ist früh. Ach Mensch. Savannah Gras. Aha. Das sieht aber auch nach Sand aus. Inventory ist voll. Ach komm. Jetzt auf. Ein bisschen Ludwig schmeißen. Oh, die Canyonstone, das ist auch nicht schlecht. Okay, jetzt wird es nachts. Hier Sand. Ich musste erstmal Sand abbauen, das wäre das Wichtigste. Soll ich hier noch ein bisschen Dirt wegschmeißen? Ich glaube, ich sollte mich nachts hier nicht aufhalten. Wieso? Weil dann die ganzen Monster kommen. Canyonstone. Sand. Sehr gut. Erstmal Sand am Kram, bevor ich den Canyonstone weitermache. Sand ist jetzt wichtig fürs Fenster. Ich hoffe, ich werde hier nicht gekillt. Inventory ist voll. Was soll denn das? Ich hätte mein Inventar, meine Kiste packen sollen, bevor ich los. Bevor ich hier loslege. Das ist ja eine gute Idee gewesen. Das lösche Laub und so weiter, dass man halt hier nicht wichtige Sachen. Der Scheiß hier auf der Neuen. Nein. Nein. Ich werde angegriffen. Ja. Ja. Ich werde holle Nacht. Ich werde holle Nacht. Ich werde holle Nacht. Das muss sie nicht wiederholen. Ich werde wiederholen. Ich werde wiederholen. sehr gut mit der santa bauen auch wenn du es nicht glauben magst ich für mich wieder doppelt weil ein mikro ein event ist gut und ein bisschen scheiß eingestellt ist das für die aufnahmen ein bisschen kacke ich weiß nicht von das liegt das klingt in den aufnahmen ziemlich lustig so gleich 70 sand kümmer fenster bauen kratz kratz m bowl kratz gr corpses wegen muss man wieder duschen ach was t ds den gehmar duschen nicht nicht so viel Sand brauchen wir denn ich habe gleich die 100 voll 100 voll, oh da kommt Bumba wo hast denn Simon gelassen nachtgertur nein ich will doch nur noch ein paar Canyonstones ins Deck Canyonstone mitnehmen ich nehme noch 70 mit und dann verdünnisere ich mich oh kacke 61, oh kacke ich muss hier verschwinden sonst sterbe ich hier noch 62 ein bisschen Canyonstone haben wir jetzt Sand habe ich auch die Lamportation kennst du jetzt natürlich auf den Berg hoch irgendwo wo es friedlich ist und weg ist er und weg ist er na komm die Lamportation die Lamportation dauert hier aber ein bisschen das ist aber building on a water basis is really hard hat sich das jetzt aufgehängt oder was das kreative aus Exxon reagiert nicht nein die Lamportation die Lamportation hat geklappt ich will dich leider gerade nicht hier 104 Sand Dark Canyonstone 70 und Rady Canyonstone sehr schön danke für die Dev-Status immer wieder gerne mein Bett ist ein bisschen dunkel so, lass mal schlafen ich brauch wieder Energie dann halt nicht wir müssen hier wirklich mal eine Treppe reinbauen dass man den Leitern funktioniert bei mir noch nicht so wirklich so in die Kiste, dann tun wir mal ein bisschen in die Kiste Container ist voll, lass mal eine neue Kiste machen die kommen dann in den Keller und die ganzen Kisten Stone Chests Doppel Wust Wood Slap und Stone Slap Wood Slap und Stone Slap Wood Slap Wood Slap Und Stone Slap Du kannst auch Schrägen machen mit dem Schneidegerät Du kannst die Rampen bauen, dass du das irgendwo für brauchst Ich bin heute irgendwie ein bisschen am Husten Husten wäre mein Problem Liefi 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 bräuchte mal ein bisschen Essen Ich hab aber noch keine Ahnung, wie ich Essen zubereite Vielleicht bräuchte ich auch mal selbst essen Ich bin noch nie wirklich Ich hab noch nie hier wirklich Hunger gezeigt, aber Ich hab noch nie hier Ah ja, ich lau- Ich versteh nicht, was du sagen willst Komm, mal zieh, hier laufen komische Kulturen rum naja wieso tun die das wieso laufen die da rum wo bist du denn bist du denn aus und welche diese wühle sie sehen ja ziemlich humanoid aus sind das andere spiele oder was ist hier kann ja gar nicht kann gar nicht machst du es würde ich gerne wir brauchen ein stück durch das dach ich meine bin ich hier weil ich das zeug von ihnen brauche brauchst du das ja du willst du das wo es auch so was würde ich mir damit kräften kisten verbrannt ein beacon kann man sich auch noch basteln blumen machen red beacon und yellow beacon was auch immer das bringt was tut denn das was macht was macht ein beacon also ich kenne bacon das kann man sehr essen du bist wieder sehr abgebrochen schon oder einen satz was fragt ich vermute mal hast nicht weiter geredet ich hab doch gestohlen ich hab ich brauche noch einst du uns da einer fehlt noch einer zu wenig wert fertig so das sind doch habe ich hier nicht gerade stone slaps stone slaps wie viel soll ich denn hier noch machen wie viel brauchst du für eine kiste genau von vier steht hier noch nicht auf block aufs tun das mache ich doch gerade ich habe genug so liegt daran dass die peak stone steppe ist natürlich ich muss normalen stellen steppen die falsche art von schlepp wieso so lange das sonst wird es selbst rauskommt soll es gut die sind auch keine stone slaps und big stone slaps ist eine andere art von ich brauche halt noch einen normalen stone slaps und ich habe keinen normalen stein mehr im inventar da bricht hat immer noch ein bisschen normalen stein so recht vielleicht und sofort zur treppe steigen so mal wieder normale steps ich nehme mir eine fackel hin es müsste doch jetzt reichen stone chest vielleicht zwei ja so stone chest so stone chest so 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 Vielen Dank.